Wie gemein, wenn Eltern nögel nennest Sag mich direkt ab ins Bett Es ist gemein, nur Killer-Boy-Rats Wissen Schule nervt, wir sind cool Wenn du aufwärts immer musst Und dich packt der Fuß Dann sing nene 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 na Mama? Da schwimmt irgendwas in meiner Suppe Ja, Henry, das nennt man Gemüse Ich esse es, wenn du es nicht willst Sei still, du Zwerg Henry, mit vollem Mund spricht man nicht Die Frau Lieblich hat gesagt, man soll jeden Bissen mindestens zwölfmal kauen, damit alle Nährstoffe aufgenommen werden. Sei nicht so gemein, Henry. Und iss auf. Wir haben eine Überraschung für euch. Seht mal. Das Aquarium? Wir machen gerade eine Sonderaktion. Ui, wie toll. Papa fährt mit euch hin. Oh, da freue ich mich. Weil Peter immer so ein braver Junge ist. Aber ich darf doch auch mit. Nur wenn du dich dort benimmst, Henry. Ich darf heute neben Papa sitzen. Nein, ich bin dran. Willst du sie nicht lieber fahren? Nein, mach du das. Ach, wurde auch langsam Zeit. Fahren wir endlich. Laura wird uns begleiten. Ihre Mutter ist beim Zahnarzt. Laura kommt auch mit? Nein! Wer zuerst drin ist, hat gewonnen. Wartet, ich kann doch nicht so schnell. Das kann ja heiter werden. Wahnsinn! Echt Wahnsinn! Wahnsinn! Wie schön! Gut, ihr wartet hier. Ich kaufe die Eintrittskarten. Hier gibt's bestimmt jede Menge Wasser, habe ich recht? Du, wie? Klar gibt's hier Wasser. Das ist ein Aquarium. Oh, hoffentlich werde ich nicht seekrank. Ahoi, Matrosen. Kapitän, drückt den Knopf. Steht zu Diensten. Wollt ihr eine Brise Seeluft schnuppern oder meinen vergrabenen Schatz finden, dann drückt auf den Knopf. Ein vergrabener Schatz? Cool. Ei, Seemänner, beantwortet mir Fragen und gewinnt einen Preis. Ein Preis? Ist ja noch cooler. Drück auf den Knopf. Das kannst du vergessen, denn ich werde gewinnen. Nein, wirst du nicht. Ich gewinne. Nein, doch. Nein! Drück auf den Knopf. Ha, doch! Preis, das tut nicht gut. Geh über die Planke. Da wird doch der Klabautermann verrückt. Ein Unruhestifter war's? Ich kenn mich aus mit Bürschchen wie dir. Pass hier ja nichts mehr an. Ich behalte dich im Auge. Wer als erster zurück ist, gewinnt den vergrabenen Schatz. Das bin ja dann mal ich. Na los, du röstiger Roboter. Ich will gefälligst auch so einen Zettel. Hey, du! Ich hab doch gesagt, du sollst hier nichts mehr anfassen. Feuer einstellen! Feuer einstellen! Alle Mann von da Ort! Na warte, dich krieg ich schon! Dich krieg ich schon! Danke! Oh, äh... Danke, Papa! Gut, ähm, äh... Peter, holen wir uns noch was zu trinken, bevor wir reingehen. Wir dürfen ein Quiz machen. Das klingt lustig. Was ist die erste Frage? Wie ist dein Name? Tja, das müsste Henry wohl beantworten können. Frage 2. Boah, das weiß doch jeder. Diese Fragen sind ja baby einfach. Cool, ein riesiger Tintenfisch. Frage 2. Wie viele Tintakel hat dein Tintenfisch? Keine Ahnung. Hey, Tintenfisch! Zeig mir mal deine Tenti... Tenta... Arme. Hm, dann eben nicht. Weiter zu Frage 3. Sieh mal, Papa, das Wasser ist voller Tinte. Das bedeutet, der Tintenfisch muss ganz schön Angst haben. Hm. Ich frage mich wovor. Im Fernsehen habe ich eine Sendung über einen Tintenfischflüsterer gesehen. Vielleicht können wir mit ihm sprechen. Huhu. Hallo, lieber Tintenfisch. Kannst du mich hören? Schau, Papa, es funktioniert. Wiedersehen, lieber Tintenfisch. Was glotzt du denn so? Ach, das weiß doch jeder, dass ein Tintenfisch acht Tentakel hat. Ist da jemand? Wuff, wuff. Oh, ich wusste gar nicht, dass Fische bellen können. Ah, das ist vielleicht ein hässlicher Fisch. Ah, da bist du ja. Na warte, du frecher Kleiner. Ah, ich verdrück mich lieber. Stehen. Ah, jetzt hab ich dich. Nein, haben sie nicht. Komm, komm sofort zurück. Haha, später vielleicht. Hilfe. Lass mich hier raus. Komisch. Ich glaub, ich kann den Tintenfisch richtig sprechen hören. Hm, ja, ich auch. Muss ansteckend sein. Ja, holt mich endlich hier raus. 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ist hier gerade ein Junge vorbeigelaufen? 47, 48 und... Haben Sie noch nie was von Verzeihung gehört? 49, 50, 51. Verzeihung? Na, weil Sie mich gerade beim Zählen gestört haben. Und jetzt hab ich total den Faden verloren. Aber... Wegen Ihnen geht mir jetzt wahrscheinlich der vergrabene Schatz durch die Lappen, der mir rechtmäßig zusteht. Ich glaub, ich... 1, 2, 3. In der Nacht spende ich Licht, doch im Wasser leuchte ich nicht. Was leuchtet in der Nacht? Eine Glühbirne? Vielleicht ist es ja auch ein elektrischer Fisch. Das ist doch babyleicht. Es ist ein Seestern. Vielen Dank, Henry. Ich bin fertig. Na und, ich auch. Wer schneller da ist? Hey, bleibt stehen. Hab ich euch. Lauf! Wir sitzen in der Falle. Gib mir einen Schuh. Was? Schnell, gib mir einen Schuh. Ich weiß, dass ihr hier drin seid. Es gibt keinen Kommen. Oh nein. Sie sind im Haifischbecken. Wieso mussten wir meinen Schuh nehmen? Weil es meine Idee war. Ich hol mir jetzt den vergrabenen Schatz. Er gehört mir. Aus dem Weg, Henry. Der Preis gehört mir. Gar nicht wahr. Er gehört mir. Hey, ihr da. Na endlich. Jetzt hab ich euch aber. Dankeschön. Es ist mein Schatz. Er gehört mir. Nein, ich glaube, er gehört mir. Vielen Dank, Matrose. Hä? Wir haben einen Gewinner. Ein Gewinner. Ein Gewinner. Was? Hier ist mein vergrabener Schatz. Danke, Kapitän. Drück den Knopf. Aber der Schatz steht mir zu. Stimmt gar nicht. Er steht mir zu. Gar nicht wahr. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Doch, 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 doch. Was hast du denn da, Peter? Ui, Eintrittskarten. Eintrittskarten? Ja, aber es sind leider nur zwei. Für was denn, Peter? Oh, fürs Gruselkabinett. Fürs Gruselkabinett? Gehst du mit mir da rein, Papa? Oh, ja. Das ist... Na, ja. Na, ja. Na, ja. Na, ja.